Das Stehen im Stadion ist wie der Besuch einer Predigt. St. Pauli! St. Pauli! St. Pauli! St. Pauli! Gehen Sie zum Spiel? Scherzfrage oder was? Sie brauchen also nicht Verstoßene gegen Regeln, ja? Aufstiegsspiel St. Pauli und die Rückkehr in die erste Bundesliga. Oder gehen die raudig so im 2nd Runde? Das ist der wichtigste Tag in meinem Leben, Mann. St. Pauli steigt auf, wir steigen auf, wir sind fucking St. Pauli! Verlassen, der Junge ist okay. Ist ja nur ein Verdacht. Das sind doch irgendwelche verwirrten Einzeltäter. Aber überhaupt keine politische Basis. Das ist der wichtigste Tag! 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 Ich dachte ja mal zum Fußball! Ja, Alice Ziller hatte recht. Die Otto und Markus haben mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun. Ich hab manchmal das Gefühl, dass du verrückt bist. Weil ich einfach drauf scheiße! Verstehst du drauf? Scheiße! Was ist denn geschluckt? Was für Brandsetzung? Was bin doch von dir, kleinen Bullenscheißer? Nicht von meiner eigenen Tür rumkommandier! Alter, meine Bullen sind jetzt alle her! Ich bin gefickt, Mann! Ich dachte, wir sind Freunde! Scheiße! Wegen dir war das! Wegen dir! Schau ich doch mal an, Mann! Bei Trash! Der Meisterschale kann schon mal was im Schrank geholt werden. Gut. Das machst du? Nein recht! Nieiki. Leise! Wir sehen uns nochmal. Das cooperative überhaupt nicht gefällt seinen Fragen. Weg struktur! Wenn ich dich ausいただけ leaders hier moderatorin